Hi Leute und willkommen zu Genshin Impact. Wir wollen jetzt versuchen, verschiedene Sachen auf der Insel zu anlocken. Und das erste, mit dem wir anfangen wollen, ist diese Dungeon hier. Und mir wurde zugetragen, wie vor ist so ein, einfach so eine Feuerschalen zum Anzünden. Das Problem ist, hier ist Regen. Und man kann den wohl irgendwie abstellen. Und muss dazu aber eine Quest machen. Und mir wurde gesagt, dass die hier oben irgendwo ist. Ich bin jetzt von dem Teleporter aus, hier ist ja die Widerstandsfestung. Bin ich von dem Teleporter aus erstmal hier so runtergelaufen, in die Festung rein. Hier hinten hingelaufen und jetzt habe ich hier einen Questtyp gefunden. Und ich glaube, hier hinten stand eben gerade auch noch einer, als ich gesucht habe. Und die können anscheinend den Regen verschwinden lassen. Keine Ahnung. Ähm. Ich muss gucken, welche. Ja, hier sind zwei. Hier ist einer. Und hier hinten irgendwo, von der anderen Seite. Ich stecke mal ein. Irgendwo, ja genau, da hinten steht noch ein Typ. Ich glaube, es ist der. Es soll ein Arbeiter sein. Ich glaube, ich wurde mir eben vom Kumpel geschrieben. Irgendwie so ein großer Arbeitertyp. Kannst du mich anhören? Ich habe mal einfach die Esel in der Zeit. Reicht dich, Tata, gar immer weiter vergrößern. Ja, das ist dieses Bits-Zeug. Wenn wir uns verstehen, haben wir eine Sehne, die Stange, die haben wir über die Esel ausgebreitet. Dann sind wir bewölkt und regnet. Okay, ja. Okay, wir sind richtig. Ähm. Okay. Und jetzt helfen wir ihm irgendwie dabei Stuff zu reparieren. Damit die Götter beschwichtigt werden. Und Etwas fehlt. Genau. Spüren. Und dann funktionieren die Blitzerbleiter wieder. Okay. Problem ist Allein vom Rumstehen stirbst du hier schon. Ja. Hä? Da Okay. Ja. Okay. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen umgeguckt. Wie wir hier zumindest erst mal die erste Quest Stufe erfüllen. Ich habe gedacht hier irgendwie nicht ein Tagebuch. Und da könnte man es nachlesen. Nein kann man nicht. Dann habe ich der Spur gefolgt und die Spur sagt halt einfach nur irgendwas unten mit diesen Maschinen ist irgendwas. Ich habe auch auf Englisch gestellt, dass vielleicht irgendwie mehr Questtext da ist oder so. Aber nein. dann habe ich außersehen drauf gehauen und gemerkt die schießen was. Und ja, ich habe mir gedacht dann zielst du halt mit allen Dingen runter und auf die Blase und schießt. Aber es geht halt nicht, weil die alle entweder nicht treffen oder halt komplett loslässtert. Also die treffen nicht. Es ist immer was daneben. Das das verhindert. Nur unten ein Ding würde die Blase treffen und deshalb stellen wir die jetzt so, dass die einzeln aufeinander schießen. Wenn ich es richtig gemacht habe. Warte. Ne, er schießt auf den Boden. Hä? Wir verarschen. Ich glaube, das war jetzt richtig, ne? Ja. Jetzt wollen wir auf das Ding da, glaube ich. Und es sieht halt nicht so aus, als wenn man direkt von Statue zu Statue schießen könnte. Es sieht halt wirklich nicht so aus. Aber das ist halt das Einzige, was geht. Und das habe ich auch nur rausgefunden, weil ich gehe bitte hoch, damit wir das demonstrieren können. Ich habe hier oben gestanden, halt geguckt, ne? Da unten zu dem Ding geht der Elementarblick hin. Da habe ich geguckt, geguckt, okay, hier sind noch mehr. Hm? Dann bin ich hier halt runter und habe hier gegen gehauen. Dann habe ich gemerkt, hä? Der schießt irgendwas. Ob das jetzt so richtig ist, keine Ahnung. Denn hier ist auch der Baum im Weg. Irgendwie. Aber der muss jetzt halt nach unten zeigen und ich hoffe, dass der jetzt da richtig auch hin zeigt. Der muss gerade glaube ich. Gerade gerade habe ich gesagt, nicht noch rube, ne? Gerade dann zeigt er glaube ich da hin. Hä? Ich hoffe, dass der da richtig ist. Ja. Okay. Pam, pam, pam. Und ich habe gesehen, die haben nicht richtig aufeinander geschossen. das war nicht richtig gezielt. Also, uff. Tag. Tag. So, hier war das Erste. Das Ding da ist doch nicht die Kugel, die man einsetzen muss. doch. Oh mein Gott. Muss dichter dran. Ich kann kotzen. Euer Ernst? Ich war doch da mit Benne dran. Warum habt ihr mir das nicht angezeigt? Oh mein Gott. Nice. 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 Also ich muss wieder deutsch zurückstellen. Okay. Das ist ein Dachchen. Ich habe keine Umbrella. Aber du kannst eine, wenn du ein. So. 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 Okay, ist wieder so ein... Oh Gott. Aha. Okay. Okay, ich sehe schon... Jetzt wird es schwieriger, oder was? Nur ein bisschen. Ähm. Also. Du bist der Letzte, nehme ich an. Also hier machen wir nochmal wieder genau das Gleiche. Und irgendeiner muss dann runterschießen. Du zählst nicht, du bist irgendwas anderes, nehme ich an. Du da oben auch. Ähm. Bist du der Staat? Nein. Ist nicht der Staat? Also wir müssen den finden, den man anhauen kann und der dann ein kurzes Geräusch macht, weil der was wegschießt. Ist das denn jetzt? Bin ich nur zu kurz? Ben, ist das denn jetzt? Er hasst mich. Er hasst mich. Danke. Danke, dass ich jetzt ganz unten bin. Hier komme ich nicht mehr da dran. Okay. Du könntest der Staat sein. Moment. Ja. Du bist der Staat. Du hast Pringung gemacht. Okay. Heißt. I want you. Wenn man das sehen würde. Schieß bitte nicht auf den kleinen Jungen. So. Das wird so nixig. Ich schwöre das. Okay. Okay. Das hat auf jeden Fall geklappt. Das ist nice. Okay. Okay. Es fehlt halt das hintere Ding, ne? Also es trifft auf jeden Fall schon mal so. Also es hört da auf. Hä, hä. Also es fehlt die Kraft von dem Ding ganz hinten. Also müssen sich hier noch irgendwie, dass das hier nochmal ankommt. Von hier dann mal irgendwie weg geht. Das war richtig, ne? Also er kann von hier das Ding da treffen. Aber welches Ding schickt ihm dann? Schickt der? Nee, den ist halt das mittlere Ding wieder nicht. Doch. Ja. 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 Wenn ich da oben da zähne schieße. Okay. Ja. 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 Da oben hin. Da hin, da hin. Da hin, da hin. Ja. Das sind den halt rund der Stellen jetzt. Uff. Und wenn dich hat verkackt schon wieder. Hörst du auf? So. Ja. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Peng. Oh mein Gott. Könntest du den Regeln ausstellen. Oh mein Gott. Könntest du den Regeln ausstellen? Ich sehe eine Wand. Da vorne ist er. Aha. 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 Ich sehe eine Wand. Ich ignoriere Gegner. Ja, ja. 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 Ich spiele ich nicht mehr rum. Ich werde sofort weggemacht, wenn mich nervt. Ich werde sofort weggemacht, wenn mich nervt. Du wirst nichts von hinten. So, erst mal das gemacht. Mal es können. Das ist halt bis hier irgendwas an. Okay. Da ist auf jeden Fall das Ding. Brauchen wir diesmal nur eins? Juhu! Dann müssen wir gleich wieder noch irgendwo... Okay. Ich habe jetzt weitergesucht nach dem anderen Teil und... Da hinten geht noch eine Spur lang. Ich suche unten wie ein Bekloppter. Ich denke das kann nicht sein. Vielleicht siehst du von oben irgendwas. Was? Ich stehe hier oben, guck runter, guck zur Seite. Ist da also eine fucking Elementspur oben, ey. Ich habe... Kein Scherz. Ich habe zehn Minuten noch unten rum gesucht. Irgendwo noch eine versteckte Wand, whatever ist. Und jetzt ist einfach hier oben irgendwie noch was. Kann man Rätsel nur so kompliziert machen. Besonders wenn es darum geht, einfach nur zwei Gegenstände zu fangen. Mhm. Warte. Kannst du kurz absetzen? Ah. 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 Habe ich ja bei ein paar Sachen schon gesehen, dass sie nicht kaputt gehen. Let's go jumping in puddles and see who can make the biggest splash. Okay. Ich hoffe das ist dann jetzt das Gebiet in dem der Dungeon steht dann auch und nicht irgendwie weiter unten. Ich habe nicht vor, das nochmal zu machen. Ich habe nicht vor, das nochmal zu machen. Also natürlich werde ich das schon fertig machen, aber ich hätte das gern fertig fertig. Ich hoffe, dass das jetzt das Gebiet ist und ich kann den Dungeon anlocken. Oh mein Gott. Es sieht okay aus. Werden wir gleich sehen. Ja, je nachher sieht es okay aus. Ja, wir haben ja schon gesehen, dass hier hinten nochmal so eine komische Vorrichtung kommt. Ähm. Warte. Es reicht. Wir müssen nicht weiter. Oh. Gott sei Dank. Schweres Gesicht. Ursprungsflоту. Der Wegzeichen. Klar. Let's light it up! Bei wie viel sind wir jetzt eigentlich? Wir können doch mal... Okay und wir verarscht wie immer. Achso, wir haben dir dein Elementen-Dings noch nicht gegeben, weil das dich nicht brauchst, weil das dich so nicht stärker macht. Auf wir gehen! Informationsanwesen? Oder wie hieß das Ding gerade? Kampfsportler. Und das ist einfach nur so, du läufst die einmal durch Dungeon und dann ist die fertig. Praktisch wie diese Prüfungs-Dungeons in Mondstadt. Also wie hier Falke, Wolf, bla 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 Dungeon. Okay, haben wir die auch freigeschaltet, auch wenn es ewig gedauert hat von meiner Sicht aus. Ich hoffe, ich schaff's das sehr, sehr viel weiter runter zu kürzen für euch. Ansonsten zeigen muss ich die nicht. Das ist... Du läufst das Ding einmal durch und fertig. Also ist nichts besonderes. Aber man muss sie halt ewig lange erst freischauen. Okay, das war's. Ciao Leute! Ciao Leute! ...